Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir gucken uns weiter von Tane an. Ich habe in der Zwischenzeit hier hinten schon erkundet, Videos gemacht zum neuen Artefakt-Z-Dungeon, zu dem Miniboss, zum Talente-Matz-Dungeon und zu dem Doppel-Miniboss, was sehr, sehr nice ist. Ich habe gedacht, dass wir einer zusammen, aber es sind zwei Einzelne. Und jetzt machen wir mit Linny und Lynette in der Story weiter. Genau, ich war hier hinten hergegangen, damit ich die Map freischalten konnte. Ich war hier hochgefahren. Ich glaube, die waren unten. Hallo? Also um zu der Statue zu bekommen, muss man halt, von da, wo man eben in der Story aufgehört hat, nach Palatis Memoria hochfahren mit dem Aufzug. What the hell? Springen wir halt runter? Wir hatten ja hier aufgehört. Und ich war halt hier hinten durch. Hinten rum. Warum? Ach, es gibt keinen Grund, den so langsam zu machen. Aber ja, und hier müsste man dann halt zu diesem Memoria-Stop fahren, damit man nach ganz oben zu der Statue kommt. Es ist halt, den muss man halt wirklich nicht in Echtzeit darunter fahren lassen. Äh. Gibt wirklich komplett gar keinen Grund zu. Da oben. Wir wollten da zu Linie und zu Linettes Haus. Wenn ich mich richtig erinnere. Das ist unser aktuelles Abode. Ah, Fremenay, dein Haus. Oh, Fremenay. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. I see. Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Allow me to introduce you to my little brother, Fremenay. He is a phenomenal diver. Uh, hello. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, you sound very proud to have a diver as a brother, Linie. Uh, Linie, could you come here for a moment? Hm? What is it, Fremenay? Do you have something to tell me? Hmm. Okay, I see. Is everything all right? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Oh, before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremenay? Yes. I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. That's our Fremenay. Always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. Hmm, looks like rain. Oh, you're right. The dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. Hydro dragon! Hydro dragon! Don't cry! If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Hmm, let's Paimon try something. Hydro dragon! Hydro dragon! Don't cry! Hmm? Huh. Doesn't seem to be of any use. It is just a legend, after all. You know, you might be a more popular magician, if you understood the concept of romanticism. Ha, sorry. It might be because we've never met the Hydro dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. Also, wir bekommen einen Drachen als World Boss. It's already getting late. Was there something you needed to do, Linny? Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last Aquabus of the day. On the day of the performance, just ride the Aquabus to the island of Araneas. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Oh, uh, are you leaving now? What is it, Fremenay? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivery. Perhaps we could trouble the traveler to help- I'm afraid that Fremenay can be quite introverted. And the boss there tends to be pretty talkative. Fremenay has always been a little- No trouble at all! Don't worry! Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I'll think of a way to make it up to you. Oh, no need! Hey, don't... Okay. So. Aha, aha. Ein Telepott ist natürlich wieder irgendwo über uns. Und keine geilen Haken, wo wir uns hochjeeten können. Ah ja, ja, ja. Küche, neue Rezepte holen. Zwei Rezepte. Drei Rezepte. Eins zum Saufen. Einfach Just Render mitnehmen. Einfach, weil wir es können. Defense. Kaffee-Bohnen. Okay. Nehmen wir. Ist jetzt natürlich noch teurer. Wenn wir hier mit der Story Teil 1 fertig sind, können wir natürlich wieder diese Quest-Aufgaben der Stadtbewohner machen. Und dann wird natürlich alles billiger bei den Shops auch. Erstmal hier noch ein bisschen touchy-touchy. Danke. Und schauen wir mal. Ist das jetzt oben oder nicht? Wenn das oben ist, kann ich mir einfach hochporten. Ich glaube, der Schmied war oben. Verdammt. Ähm. Keine Blumen zum Sammeln hier. Schade. Oh. Wart mal. Geht das nur bei Nahida in der Stadt, dass man die Gedanken von NPCs lesen kann? Das müsste eigentlich auch hier gehen. Oh. Hello? Oh, hello there. New customers? Ist 10. Looking to buy? Oder do you need something made? Oh, no. We're just here to deliver some materials. Ah, these must be for Magic Pockets. I could tell right away. I've already made several... No, no need. They've already prepaid several batches. But they insisted on paying the full amount. Wow. So... I can't say for sure. But who knows? Maybe there's good money to be made being a... Hey! Is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Why use your hands when a machine can do the work? But where does a big machine like that get its... Ah, well... It's a little complicated. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnidium. It's a type of energy that's produced from trials. Huh? How can trials produce energy? Wow. I'm not completely sure of all the details myself. But basically... When a trial is in session, the Oratrice Mechanique d'Analise Cardinal harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. So that's what its other function is? Hmm. Paimon heard that the Oratrice was created by the Archon to make judgments. But... Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? Oh, yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by beliefs and turn it into power for all of Fontaine... Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnidium, we have another type of energy called Mumusia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. Huh. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few work... Y-you again! Didn't I already promise you that I'd have the more I.O. to confer Re-Eubcabriere by next month? Why are you hounding me now? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? Huh? It seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and... Hey, hold on! Before you go around, I'm trying to collect payments. Why don't you settle your own debts first? If Confrary of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of more. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here. Ah, you're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? How do you think I'd run into you here in Fontaine? What are the chances... How do you think I'd run into you here in Fontaine? I'm surprised to see you too! What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Stajnaya? Haha, long story short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Hmm, uh, hey, you, Northland Bank boy, aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Listen to me, boy. If you want your mora, fine. Why don't you come and take... Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tooser ice fishing, Tooser said... Hey! That's way over the line! All right, boys! Let's... Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clunk, you're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? I'm not sure this won't take long. Dürfen wir bitte lassen. Dürfen. Ja. Komm. Komm. Brass dich selbst. Das wird es wehren. Alle Schuhe weg. Wir kommen mehr. Ich habe gehofft, da kommt jetzt noch eine ganze Bande. Was ist dein Problem, Brad? Wie bist du so stark, wenn du nur ein Stabler von Snezhnayahs Nordland Bank bist? Warte. Sag mir nicht, du bist... Oh, jetzt hast du es. Es ist ein bisschen late, nicht wahr? Nur sicher, dass du verstehst, dass du nicht mit Nordland Bank verbunden bist. Entschuldigung? Hydro-Arcon hat einfach sein Ding ausgeschaltet. Lul. Ich bin nicht sicher. Es ist, als ob ich plötzlich verloren habe, meine Hydro-Pauern, wenn ich sie brauchte. Vielleicht ist es etwas falsch mit meiner Vision? Das ist strange. Wie kann das passieren? Die erste Mal von Paimon gehört von jemandem... Keine Ahnung. Es ist egal. Wenn ich mich nicht so stark, muss ich nicht zu viel auf meine Vision sein. Außerdem, ich habe immer meine Delusion, wenn ich sie brauchte. Also, was machst du in Fontaine, Kind? Und ich sehe nicht, dass es Arbeit für Nordland Bank funktioniert. Also, ich glaube, es ist, dass ich in einem schlechtesten Moment bin. Huh? Was für eine Grunde ist das? Warte, dann, wenn du dich fühlst, dass... Haha, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich noch viel zu lernen über mich selbst. Aber in der Zeit, gibt es eine Art des Rettungs-Pauern in mir. Und ich weiß nicht warum, aber jeden Tag und dann fühle ich mich, dass ich in einem schlechtesten Moment bin. Hm. Vielleicht ist es, dass du, wenn du die Kontrolle von deinem Vision gerade jetzt ist, mit dem Kraft, du fühlst dich in... Hm. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann nicht vergessen, ob ich es noch vorhin erwähnt habe, aber als ich 14 Jahre alt bin, ich in ein bisschen Unbekannte Abyss. Es war während der Zeit, dass ich praktisch alle meine Werte. Derjenige, der mich unter der Wände und mich überlebt hat, war der Skirk. Sie war immer quiet und sehr mysteriös. Niemand wusste, wo sie kam oder was sie durchgebracht hat, und sie war immer sehr strikt, wenn sie mir die Techniken von Combat-Techniken zeigen. Eine Zeit, ich fragte sie, warum sie mich bereit war, als eine Apprentice. Von dem ich von ihrer Antwort habe, es war, dass ich es, weil ich es erwähnt habe, und die Tränen von es in mir remained. Sie sagte, dass all meine Tränen von Combat-Techniken würde in der Zukunft funktionieren. Aber was ist es? Was hast du erwähnt? Sie hat nie gesagt, aber meine Meinung ist, dass es zu einem Traum ich sah, als ich in dieser Abyss habe. In meinem Traum, ich war in den tiefsten Dämpen der Meer, und der Boundlessen Seabed war überall bei mir. Aber in fronte mir appeared ein Wälder, der so großartig war, ich fühlte mich, wie ich nicht zu spüren. Ein Wälder? Oh, das fühlt sich so an, wenn wir gegen dich kämpften, du hast eine große Wälder, die uns riecht. Ist das die? Das ist nur eine abstrakte Form von Wälder, die ich kreate, mit meinen Elementen zu verwenden. Es nimmt diese Form, weil die Szene, die ich in der Wälder, hat immer in meinem Geist. Ich werde es nie vergessen. Also, du benutzt den Wälder als Inspiration für einen von deinem Geist? Huh. Sieht ein bisschen twistierend, bei Paimon. Also, warum nicht du einfach fragen kannst du Mäste? Vielleicht sie weiß die Antwort. Du machst es so einfach so. Oh, das fühlt sich so an, wenn ich da war. Ich habe nie zuhörst, nach dem Mäste Skirke und das Un- Aber es ist schon seit Jahren, und ich habe immer noch nichts gefunden. Ich habe noch nichts gefunden. Es ist noch nicht so, wie ich mich in der Wälder- Oh, das fühlt sich so an, wie ein Kind of- Ich habe nur noch jemanden, ich muss sein. Was? Mehr Arbeit für die Nordland Bank? Nein. Es ist eher eine persönliche Beobachtung. Lassen, ich habe mit einigen von Fontaine's Official Champion Duelists, wenn ich mich fühle mich. Official Champion Duelists? Ja. In Fontaine, bevor ein Kriminer geht zu Kourt, sie haben eine Chance, um ihre Ehre zu retten, indem sie eine Duel mit einem Official Champion Duelist. Die Champion Duelists sind all-powerful Fighters, selected from among the nation's best. Und die Duel itself ist eine No-Holts-Barred-Fight, mit No-Specified- So, engaging in such a Duel ist regarded als ein Symbol of Defending Your Honor. Wenn ein Kriminer manages to win die Duel, sie werden, aber wenn sie verlieren, sie haben keine Chance, aber zu standen. Und das Schlimmste-Case-Szenario ist, dass du einfach in die Duel bist. Während es rumored, dass Fontaine eine Death-Penalte hat, von mir kann ich sagen, niemand hat ever been officially sentenced zu death. So, wirklich, die nur Leute, die Duel opten, sind die, die zu verletzten, die in der Verletzten, die zu verletzten, oder die, die sehr wertvolle ihre Ehre. Otherwise, warum mit deinem Leben gamble? So, do viele Leute eigentlich aus ihren Trials zu gewinnen die Duel? Apparently, es ist sehr rare für jemanden zu gewinnen. Fontaine wahrscheinlich hat dieses System als eine Art zu zeigen, dass die Nation die Ehre der Ehre von ihrer Citi... Besides, keine von den Champion Duelists sind zu verletzten, das ist genau das, warum ich mich für sie verletzten, als ich nach Fontaine bin. Apparently, die ich heute ist, Clarend, ist die strongest von den Champion Duelists. Ich habe sie gefragt, für ein paar Zeit, bevor sie endlich hat mich verletzten. Oh, bevor ich mich vergessen... Ich möchte euch das... Huh? Du... Vision? Du bist wirklich nur geflüchtet? Ich bin nur überrascht, dass es wieder nicht kontrolliert wird. Ich würde mich ziemlich entschuldigen, wenn es in der Lage ist. Ich habe meine Duel, also ich denke, ich werde besser ohne es für heute. Außerdem, ich brauche dich einfach zu halten für eine kurze Zeit. Ich werde es wiederholen, wenn ich etwas Zeit habe. Heima weiß, was du bist. Du hast nur eine Chance, um uns wieder zu sprechen, nicht wahr? Haha, was du diese Idee gegeben hat? Ich werde in Kontakt, später. Ha! Dieser neugierige Mann! Er hat gesagt, er fühlt sich schon seitdem, aber er ist das gleiche wie immer. Heima! Well, ich glaube, wir haben noch nichts zu tun für heute. Wir können auch gerne überlegen und sehen... Okay, das hatte man ja im Livestream-Trailer ja schon gesehen, dass er im Court ist... Also im Gerichtssaal reinjumpft für einen Kampf und dass er da seine Hydrovision nicht hat, sondern er seine Division benutzt, also sein Teufelsauge zum Kämpfen. Oh, Entschuldigung! Oh, Entschuldigung! Heima war einfach überraschend, das ist alles. Heima hat nie gesehen, dass diese Veränderungen kommen. Die Murder Mystery-Novels hier sind fantastisch! Die Hootanets hier in Fontaine sind viel anders als die Veränderungen, die du von Yai-Publishing-Haus gesehen hast. Die beiden haben ihre Mehrheit, aber Heima denkt, dass dieser Stil von Veränderungen eher... Well, Veränderungen! Es ist so spannend, um den Moment zu erreichen, in dem das Mysterium entdeckt wird. Besonders in dem, den Paimon gerade leidete. Du solltest eine Kopie kaufen und es auch leiden! Oh, Entschuldigung! Paimon wird nächstes Mal bemerkt. Äh, hey! Können wir gehen ins Opera House, um Linnys Performance zu sehen? Natürlich! Linnys sagt, dass das Opera House ist auf Aranea! Okay... Hier hat irgendwas gefunkelt im Hintergrund. Nicht raufklärt, sonst was drücken. Danke! Wo sind wir denn jetzt? Ja, schickt mich halt zum anderen Ende wieder zurück. Was haben wir hier noch? Hotel... 船 grant Bueno? Okay,ANNoch nicht freigeschaltet. Okay? Noch nicht freigeschaltet. Ist das hier auf der Ebene oder ein höherer? Ach, es gibt extrem viele Teleporter in dem Gebiet. Dädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädäd. Die Eimer ringsrum! Hier sind irgendwelche sammelbaren Pflanzen drin. Auch nicht. Boah, ich habe einen Termin. Oder kann ich einfach reingehen? Essen. Oh. Ähm. Jetzt unten ist das Standardzeug. Verteidigungsfunk. Belebung. Angriffspunkte. LP. Ja, etwas Erfrischendes. Jetzt können wir nochmal mitnehmen. Ähm. Kann man hier rumsuchen und findet Kisten, wo ein paar Hunderttausend Mora drin sind. Bücherregale. Bücherregale, die funkeln oder so. Nö. Okay, ich gehe unten nochmal zum Schmied, bevor wir weitermachen. Im nächsten Part. Ich will gucken, ob wir die neuen Four Stars schmieden können. Äh. 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 Oh, hier ist Dings. Die Aufträge. Äh. 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 Muss ich wieder warten, bis die Story durch ist oder so. Äh. 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 Das ist Catherine. Okay, hier müssen wir also später sowieso hin. Immer wieder. Hier ist Alchemie. Müssen wir hier gucken. Okay, das wären die ganzen neuen Sachen. Okay. Die neuen Rollen, die Dinger. Das, das, das. Okay. Hier wollte ich gucken. Da. Okay, ja. Also das heißt, wir können die alten Rostdinger umschmieden. Zu den neuen, auf jeden Fall. Aber wir haben die Rezepte noch nicht. Warte. Kann ich es nicht ändern? Scheiße. Also wir werden das einmal umwandeln. Ja, wir müssen halt erst die Story fertig machen, damit die Sachen entweder da sind oder wie die bekommen oder die getauscht gehandelt werden dürfen. Ja, guck mal, jetzt, wo wir eins davon haben, wird mir dann was angezeigt. Ach ja, hier, guck mal. Aber kurz weg. Ähm, nö, 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 nö. Das schon mal nicht. Nope. Ist nichts Neues angezeigt. Schade. Okay. Ähm. Wir müssen jetzt da hinten hin. Das ist gut, denn da hinten beim Boss waren wir ja schon. Dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Tschau, Leute. Das ist gut. Das ist gut.